Vor zwei Tagen sind Stefanie und Marcel Koch mit ihren Kindern Tobias und Alina von München nach Berlin gekommen, um ihr neues Eigenheim zu beziehen. Doch ihr Traumhaus wurde auf dem falschen Grundstück gebaut. Das Haus gehört rechtlich gesehen nun dem Grundstückseigentümer Holger Schmelzer. Und die Familie ist obdachlos. Anwalt Ralf Vogel befürchtet, dass seine Mandanten Opfer eines Betrugs geworden sind. Dank des Juristen haben die Kochs vorerst eine Notunterkunft in einem Wohnheim bekommen. Doch wirklich sorglos können sie hier nicht übernachten. Grund dafür ist der angetrunkene Bewohner Jens Borowski. Hey, 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 oh Gott, oh Gott, hey, was willst du hier, das ist nicht dein Zimmer, geh raus. Was ist meinst du? Was machen die Kinder? Das sind meine Kinder und meine Kinder wollen schlafen und du hast hier nichts zu suchen, geh raus jetzt. Ich hab gar keinen Kinder. Hey, das glaub ich dir, aber jetzt geh bitte raus, geh raus. Willst du, geh du doch ab. Was ist meinst du? Was ist mein Bett? Hast du hier in den Ferner gesoffen? Dann füllen wir hier raus aus meinem Bett. Sag mal, ich bitte, nimm deinen eckenen Fuß hin und geh zu, dass du raus warst. Das ist zu mir nicht ziel. Ja, ja, bis dann. Der hat sich nur in der Tür geirrt. Ganz ruhig, der kommt nicht wieder. Marcel, hast du nicht abgeschlossen? Ja, das geht hier ja wohl kaum. Sorry, was soll ich denn machen hier? Marcel, ich kann das nicht. Das geht nicht. Ja, ich weiß, dass das nicht geht, aber pass mal auf, ich hab eine kleine Überraschung für morgen. Also wir werden definitiv, das ist die letzte Nacht hier. Das ist die letzte Nacht auf jeden Fall, das hat hier morgen alles am Ende, okay? Ja? Ja. Marcel will seiner Frau Stefanie und den Kindern keine weitere Nacht das Wohnheim zumuten und hat sich von einem alten Freund einen Wohnwagen geliehen. Während Sohn Tobias und Tochter Alina ihren ersten Schultag in Berlin haben, wollen die Eltern das Notwendigste in ihre neue Bleibe einräumen. Anwalt Ralf Vogel ist von dieser Idee nicht begeistert. Schönen guten Tag. Ach, hallo, Herr Vogel. Hallo, hallo, Frau Koch. Hallo. Hallo, Frau Koch. Jetzt sagen Sie mal, ich war bei Ihnen im Wohnheim, um Sie zu sprechen. Da hat man mir gesagt, Sie sind zum Grundstück gefahren. Warum denn das? Tja, das ging gar nicht. Also da kam gestern so ein besoffener Gnome rein, der die Kinder sowas von erschreckt. Also da können wir, nee, da können wir nicht bleiben. Das tut mir leid, aber bei der Kälte können Sie doch mit den Kindern unmöglich hier draußen bleiben. Ja, ich meine, die Kinder sind das eigentlich gewohnt mit dem Camp, die lieben das eigentlich auch, aber für eine Nacht muss das jetzt irgendwie gehen. Aber ich denke, ja, also ich werde meinen Chef erstmal auf den Vorschuss anhauen müssen, anders geht das nicht. Meinen Sie nicht, dass Sie die Kinder vielleicht bei Ihrem Bruder runterkriegen? Das wäre doch besser, als Sie ein Dach im Kopf haben. Das habe ich auch schon gedacht, ehrlich gesagt, vielleicht rufe ich den nachher mal an, den Dominik, und dann hole ich die von der Schule ab und bringe den da vorbei. Ja, dann machen wir das so. Übrigens, haben Sie mit dem Herrn Schmelzer gesprochen? Ja, habe ich getan. Und zwar habe ich ihm sogar angeboten, die Grundstücke zu tauschen. Nur um zu testen, ob er vielleicht an einer einvernehmlichen Lösung interessiert ist. Aber das lehnt er kategorisch ab. Der kommt uns keinen Schritt entgegen. Das heißt, wir müssen ihn verklagen auf Entschädigung. Und da stehen die Chancen auch nicht besonders gut, denn schließlich steht sein Name und sein Grundstückbauauftrag. Und wenn er darauf besteht, müssen wir das Haus abreißen. Dafür haben Sie auch kein Geld. Das wäre die Katastrophe schlechthin. Lass uns kopflich hin, wir finden schon eine Lösung. Dazu bräuchte ich den Bauauftrag. Ja, dann suchen wir den jetzt mal. Ja, dann suchen wir den. Ich kann Ihnen beim Suchen helfen. Ja, oder so. Anwalt Ralf Vogel will in dem Bauauftrag der Familie Koch überprüfen, welches Grundstück mit welchem Eigentümer eingetragen ist. Das von Holger Schmelzer oder das von Ehepaar Koch. Hier, hier, hier. Oh. Darf ich mal sehen? Gut. Ja, das ist der richtige Bauauftrag. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Schauen Sie. Das ist Ihr Grundstück und das ist Ihr Name. Das heißt, der Bauauftrag Ralf Vogel ist gefälscht. Das gibt es doch gar nicht. Was denn? Ja, na gut. Ich denke mal, tut mir leid zu sagen, aber Sie sind wahrscheinlich Opfer einer groß angelegten Betrügerei geworden. Und was machen wir jetzt? Ich schlage vor, wir fahren direkt zu mir mit meinem Ekel und konfrontieren ihn mit diesem Bauauftrag. Mal schauen, was du sagen hast. Ja. Wir schließen doch eben die Sachen ab, oder dann fahren wir direkt mit. Es existieren also zwei inhaltlich unterschiedliche Bauaufträge. Und da ich meiner Mandantschaft glaube, sind sie demnach von der Baufirma betrogen worden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Schmelzer daran unbeteiligt ist. Denn schließlich hat er am meisten profitiert. Er hat ein Haus bekommen. Anwalt Ralf Vogel hat anhand des Bauauftrags herausgefunden, dass Stefanie und Marcel hier betrogen wurden. Doch wer ist der Betrüger? Bauunternehmer Wolfgang Eckel oder Grundstückseigentümer Holger Schmelzer? Gemeinsam mit dem Ehepaar Koch will der Jurist dem Bauunternehmer Eckel auf den Zahn fühlen. Was ist das denn? Guck mal, die Jalousien sind unten. Hä? Wie? Wo ist denn das Firmensschild? Da hängt auch ein Firmensschild. Ja klar. Hier, Name ab. Nein. Was heißt das jetzt? Hier ist gar nichts. Das ist alles grottenleer. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Oh Gott, das ist Willen. Eckel sich hier über Nacht um Staub gemacht hat. Oh Gott. Mein Gott, Schatz. Das kann nicht wahr sein. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie hier in einem üblen Betrüger aufgesessen sind. Und jetzt? Was ist denn jetzt mit dem Haus und dem ganzen Geld? Ich fahre sofort zur Polizei und werde eine Anzeige erstatten wegen Betruges. Wenn ich den Eckel erwischen muss, der ist ihm auch zum Schadensersatz verpflichtet natürlich. Und danach fahre ich gleich zu Herrn Schmelzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der davon nichts wusste. Also wollen Sie sagen, dass er das von Anfang an wusste, dass unser Haus auf seinem Grundstück gebaut worden ist und nicht auf unserem? Ich gehe davon aus, dass er irgendwie mit drinsteckt und dass er ihre Notlage bewusst ausgenutzt hat. Er wusste, dass Sie nicht genug Geld für den Abriss haben. Und da zieht er es hinaus ein, bevor Föhn nichts bezahlt hat. Einen diesen Arsch, den werde ich mir knüpfen. Nein, jetzt kannst du nicht. Na komm, na lass nochmal. Sie sind viel zu emotional. Außer sind Sie hier viel zu aufgeregt. Wenn Sie jetzt da hinfahren, dann warnen Sie ihn vor und das ist ja auch noch weg. Da haben wir gar keinen mehr. Lass es mal gut sein. Wollen Sie, der hat sich schon abgesetzt? Das hoffe ich nicht und genau deshalb fahre ich direkt zur Polizei. Das ist der absolute Horror. Wir haben uns so gut über diese Baufirma informiert und wir waren uns auch absolut sicher, dass sie seriös sind. Und der Herr Eckel, der war auch damals so sympathisch bei unserem ersten Treffen. Wir sind ja extra von München nach Berlin gefahren, um uns davon persönlich zu überzeugen. Und ich hatte auch vollstes Vertrauen in denen. Und jetzt das. Na ja, damit wird er definitiv nicht durchkommen. Das macht keiner mit meiner Familie. Anwalt Ralf Vogel hat sofort bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs gegen den Bauunternehmer Wolfgang Eckel erstattet. Jetzt will er herausfinden, ob der Bauunternehmer mit Holger Schmelzer vielleicht sogar zusammengearbeitet hat. In dessen Ein-Euro-Laden hat er erfahren, dass der Grundstücksbesitzer umzieht. Ins Haus von Familie Koch. Hallo? Herr Schmelzer, ich muss mit dir sprechen. Tag. Wem suchen Sie denn? Was machen Sie denn? Den Auftraggeber, Herrn Schmelzer, ist der hier? Nee, der ist nicht da. Haben Sie irgendwas? Wollen Sie irgendwas von ihm oder was? Ja, ich muss dringend mit ihm sprechen. Wissen Sie vielleicht, wann er kommt oder wo er sich auffällt? Keine Ahnung. Irgendwie gab es Schwierigkeiten mit der Küche oder so. Die sollte heute eingeboren werden. Und da musste der heute irgendwie hin und hat es wieder hier alleine reingelassen. Mit der Küche. Okay. Mal was anderes. Wann ist denn Ihre Firma beauftragt worden mit dem Umzukehren? Ein halbes Jahr oder so, glaube ich. Im halben Jahr? Nicht jetzt so. Das ist ja interessant. Aber ich muss jetzt weiterarbeiten, ne? Ja, machen Sie. Das will ich nicht stören. Ja, ja. Na, das ist ja interessant. Herr Schmelzer hat also schon vor einem halben Jahr den Umzug geplant. Das heißt, er hatte die ganze Zeit vor, das Haus zu nutzen. Da bin ich mir sicher, dass er mit dem Bauunternehmer Eccl unter einer Decke steckt. Das müssen wir jetzt nur noch beweisen. Und dafür werde ich meinen Privatdetektiv beauftragen. Der wird die beiden mal durchleuchten. Stefanie und Marcel haben von Anwalt Ralf Vogel erfahren, dass Holger Schmelzer mit seiner schwangeren Frau Pia den Umzug schon lange geplant hat. Marcells Verzweiflung schlägt in Wut über, weil seine Familie wegen dem scheinheiligen Grundstücksbesitzer obdachlos ist, im Kalten kämpfen muss und vor dem Ruin steht. Na klar, mach nicht auf, der kleine freige Arsch. Das ist beruhiglich, das bringt doch jetzt nichts. Was ist denn hier los? Was hier los ist? Sie ziehen in unser Haus, das ist los. Das ist mein Haus. Ist es nicht. Und Sie und dieser Herr Eccl, Sie stecken doch in einer Decke, Sie sind doch kriminell. Wer ist denn dieser Herr Eccl? Ach, wer ist denn dieser Herr Eccl? Tun Sie mal nicht so dämlich. Zum Beispiel schämen Sie sich gar nicht, eine Familie mit Kindern das Haus wegzunehmen? Ich habe niemanden das Haus weggenommen. Sie haben mir das Haus ja förmlich aufgedrückt. Und jetzt verschwinden Sie sonst ruhig die Polizei. Ja, ruf doch deine Polizei. Ruf sie doch. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich habe keine Lust auf diese Spielereien hier. Was hier los ist? Ihr Mann hier, das ist ein Betrüger. Das ist los. Der hat nicht alle Waffeln am Zaun. Bitte hol die Polizei. Ich habe keine Waffeln am Zaun. Du kriegst einen Blut in den Maul. Spinner, weg hier. Komm, machen Sie sich unglücklich. Das ist doch jetzt zwecklos. Und wollen Sie noch eine Anzeige in Körperverletzungen haben? Bitte, bitte. Nein, nein, ist ja richtig. Ist ja richtig. Aber das kann er doch nicht machen. Herr Koch, ich verstehe Sie ja, aber bitte bewahren Sie Ruhe. Ich habe das nochmal gegenkontrolliert mit der Umzugsfirma. Tatsächlich hat der Schmelzer die schon vor einem halben Jahr beauftragt. So, jetzt müssen wir beweisen, dass Herr Eccl und Herr Schmelzer sie gemeinsam betrogen haben. Ja, ist ja richtig. Aber man, mich riecht einfach nur so auf, dass ich jetzt hier nichts machen kann. Deswegen, das ist Platzmächter Kragen. Also. Ich kann Herrn Koch ja verstehen. Aber das bringt uns jetzt nicht weiter. Wir müssen beweisen, dass Herr Eccl und Herr Schmelzer zusammengearbeitet haben, um mir die Koch zu betrügen. Und da Herr Eccl vermutlich schon über alle Berge ist, müssen wir jetzt den Herrn Schmelzer dran bekommen. Am nächsten Tag macht sich Anwalt Ralf Vogel auf den Weg zum Laden von Holger Schmelzer, um ihn mit dem Betrugsvorwurf zu konfrontieren. Denn schließlich hat der Grundstücksbesitzer ein Haus bekommen, ohne auch nur einen Cent zu zahlen. Ich bin mit deinem Schmelzer. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Ja, aber ich habe zu tun. Geht ganz schnell. Ich habe gestern nur rein zufällig erfahren, dass Sie ja doch jetzt in das Haus der Familie Koch einziehen. Und wissen Sie, was ich noch erfahren habe? Dass Sie das Umzugsunternehmen dafür schon vor einem halben Jahr bestellt haben. Sie wussten jetzt doch die ganze Zeit, dass auf Ihrem Grundstück gebaut wird. Ach, so ein Quatsch überhaupt nicht. Keine Ahnung. Das müssen wir jetzt erklären. Ist ganz einfach. Wenn man ein Grundstück kauft, dann möchte man auch bauen. Und dann habe ich eben die ganzen Dinge schon angefangen zu organisieren. Aber haben Sie selbst mir nicht gesagt, dass Sie auf dem Grundstück gar nicht bauen wollten? Schauen Sie. Ich musste meine ganzen finanziellen Mittel in diesen Laden stecken, um diesen zu retten. Meine Existenz. Und da musste ich den Hausbau erstmal hinten anstellen. Die finanziellen Mittel waren einfach nicht mehr da. Wie praktisch. Und jetzt steht doch ein Haus auf Ihrem Grundstück. Sie mussten auch nicht mal was dafür bezahlen. Und der Umzug kann stattfinden? Wissen Sie, diesen Termin mit der Umzugsfirma, den habe ich einfach vergessen. Das kann ja mal passieren. Und das Haus der Kochs gehört ja nun rein rechtlich mir. Und da habe ich die ganzen Sachen durch die Umzugsfirma einfach mein Haus räumen lassen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das war ein merkwürdiger Zufall mit einmal, den Sie mir hier andrehen wollen. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Wissen Sie, was ich im Moment alles am Hals habe? Meine Frau ist schwanger. Der Laden hier. Meine Mitarbeiterin möchte bezahlt werden. Da ist das einfach finanziell nicht mehr drin. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Schmelzer? Sie haben gemeinsam mit dem Bauunternehmer Eckel hier zusammengearbeitet, um meine Mandantschaft zu betrügen. Und vermutlich haben Sie einfach nur später in den Bauauftrag ihr Grundstück eintragen lassen. Das werde ich beweisen. Sieh mal mit Ihrem Herrn Eckel. Wer ist denn Herr Eckel? Ich kenne keinen Herrn Eckel. Herr Schmelzer, ich sage Ihnen eins. Sie werden meiner Mandantschaft Schadensatz leisten. Da bin ich mir ganz sicher. Und strafrechtlich kriege ich Sie auch noch an. Machst du es jetzt? Ja, auf Wiedersehen. Gut, muss arbeiten. Also dieser Herr Schmelzer, der verkauft mich eindeutig für dumm. Ich kann nur hoffen, dass der private Aktiv noch ein paar Sachen rausfinden wird, die uns helfen, ihn zu überführen. Seit fünf Tagen ist Familie Koch obdachlos. Ihre Kinder haben sie bei Stefanis Bruder Dominik untergebracht, um nicht zu viert im kalten Wohnwagen campen zu müssen. Die Kälte und die Ungewissheit zehrt an ihren Kräften. Anwalt Ralf Vogel besucht die jungen Eltern, denn er hat einen wichtigen Hinweis erhalten. Mein Privatdetektiv hat herausgefunden, dass der Herr Schmelzer noch kurz vor dem Hausbau 100.000 Euro in Bar von seinem Konto abgerufen hat. Aha, und was heißt das jetzt? Ja, ich gehe davon aus, dass er das Geld genutzt hat, um den an Ecke zu schmieren. Ja, also Sie meinen jetzt, er hat dafür bezahlt, dass unser Haus auf sein Grundstück gebaut worden ist? Davon gehe ich aus. Ich denke, der Drahtzieher hinter allem ist Herr Schmelzer. Er hat doch am meisten profitiert von der ganzen Sache. Er hat jetzt ein Haus stehen auf dem Grundstück und hat dafür nichts bezahlt. Er hatte finanzielle Schwierigkeiten und seine Frau war schwanger. Boah, so ein Dreckskerl. Aber reicht das, um ihn festzunehmen? Ja, leider nicht. Da müssten wir ihm das beweisen. Und ich glaube nicht, dass der Ecke freiwillig zugibt, dass er Geld angenommen hat. Aber mein Privatdetektiv, der ist dran. Na gut, das ist ja schon mal etwas. Also wir waren jetzt, wir sind jetzt in der Überlegung, ob wir das Grundstück halt komplett verkaufen. Damit eventuell die Raten fürs Haus abzahlen und uns eventuell die Mietwohnung holen erstmal, ne? Sag Sie mal, was haben Sie denn da? Ach, wir haben gerade Fotos geguckt vom Haus. Darf ich mal sehen? Ja, ja, klar. Danke. Schauen Sie mal, das ist doch hier ganz eindeutig. Ihr Grundstück liegt doch viel näher an dieser Scheune und dieser Baumreihe als das von Herrn Schmelzer. Das kann man doch gar nicht verwechseln. Und zwischen den beiden Fotos liegen wenige Tage. Ja gut, okay, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber ich meine, Fakt ist ja, dass unser Haus jetzt auf seinem Grundstück steht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass ihr Bruder von dem Betrug wusste. Was? Aber warum hat er ja nichts gesagt? Da kann ich ja spekulieren. Ich denke mal, dass er finanziell ja momentan Probleme hat. Er ist Hartz-IV-Empfänger, er ist arbeitslos. Vielleicht wurde er finanziell beteiligt. Das glaube ich nicht. Ja, ich halte es für möglich. Ich denke, wir sollten mit ihm sprechen. Was halten Sie davon? Ja, okay, dann fahren wir jetzt zu Dominik. Ich hole mal Ihnen meine Hunterschuss. Machen Sie das. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, mein Bruder war immer wieder arbeitslos, aber er hat auch immer wieder einen Job gefunden. Und okay, jetzt ist er ein bisschen länger schon ohne Anstellung, aber sowas würde er uns nie anstellen. Anwalt Ralf Vogel will herausfinden, ob der arbeitslose Kfz-Mechatroniker Dominik einen finanziellen Vorteil durch die vertauschten Grundstücke hatte. Gemeinsam mit seinen Mandanten Stefanie und Marcel will der Jurist Stefanies Bruder dazu befragen. Doch dieser ist nicht zu Hause. Nachbarin Leonore Michels weiß mehr. Guten Tag. Guten Tag. So, wen wollen Sie denn? Wir suchen Dominik Wolters. Na, der ist nicht da. Wissen Sie zufällig, wo der ist? Ja, in der Werkstatt. Welche Werkstatt? Der hat sich das selbstständig gemacht, hat er mir heute früh noch erzählt. Ganz stolz, als er am Müll war. Moment mal, ganz kurz, er hat eine Werkstatt? Ja, seit dem Lotto gewinnen. Der hat im Lotto gewonnen und da habe ich noch gesagt, ein Glück trifft es endlich mal den richtigen. Dominik hat einen Lotto gewonnen. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo die Werkstatt ist? Lassen Sie mich mal überlegen. Schiller Straße, in der Schiller Straße. Da stimmt doch was nicht. Da sollten wir mal ganz schnell hinfahren. Ich habe eine Hausnummer vielleicht noch. Das weiß ich jetzt leider nicht. Das sehen Sie schon. Wiedersehen. Oh nein, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Das wäre ein starkes Stück, wenn hier der Bruder seiner eigenen Sprech dahinter geht. Aber der Werkstattkauf, der spricht ja dafür. Denn woher sollte Dominik Wolters mit einem so viel Geld haben? An einen Lotto gewinnen glaube ich nicht. Seit sechs Tagen stehen Stefanie und Marcel Koch mit ihren beiden Kindern vor dem Nichts. Sie sind pleite und obdachlos, weil ihr Traumhaus auf einem falschen Grundstück gebaut wurde. Bauunternehmer Wolfgang Eckel ist spurlos verschwunden. Holger Schmelzer, auf dessen Grundstück Kochs Haus steht, ist als Grundstückseigentümer in dieses Haus eingezogen, wofür er keinen Cent bezahlt hat. Und Stefanis Bruder Dominik hat angeblich aus einem Lottogewinn eine Autowerkstatt gekauft. Anwalt Ralf Vogel glaubt, dass sich das Trio aus Grundstückseigentümer, Bauunternehmer und Bruder auf Kosten der Familie Koch bereichert hat. Dominik, seit wann hast du diese Werkstatt? Werkstatt? Das ist doch nicht meine Werkstatt. Ich habe hier nur einen neuen Job gefunden. Ach, wer wollt das? Unserer Auskunft nach ist das Ihre Werkstatt. Meine Werkstatt? Wovon sollten wir die denn gekauft haben? Das ist doch Schwachsinn. Von einem Lottogewinn. Zumindest hat das uns ihre Nachbarin erzählt. Die Michels oder was? Kann doch nur die Michels sein. Die labert viel, wenn der Tag lang ist. Die labert nur die Schichten, die hat sonneblühende Fantasie. Jetzt hören Sie doch auf und sagen die Wahrheit. Herr Wolters, es ist ein leichtes für mich herauszufinden, wer der Eigentümer dieser Werkstatt ist. Und wenn Sie mir die Zeit und die Mühe ersparen wollen, dann sagen Sie uns allen jetzt sofort, ob Sie der Eigentümer dieser Werkstatt hier sind. Naja, ich habe mir die Werkstatt gekauft vor drei Monaten. Ja, vor einem Lottogewinn. Wirklich? Und warum hast du mir das nicht erzählt? Das kauft dir doch keiner, Herr Wolters. Ich meine, so etwas hätten Sie doch Ihrer Schwester erzählt, wenn Sie im Lotto gewinnen. Und abgesehen davon habe ich die Bilder gesehen, die Sie gemacht haben von den Grundstücken. Das kann man aber auch nicht verwechseln. Das Grundstück von Ihrer Schwester ist viel näher an der Baumgruppe und an der Scheune dran. Also erzählen Sie uns hier wirklich nichts vom Pferd. Mann, Steffi, tut mir leid, ich wollte das ja nicht. Was wollten Sie nicht? Mann, ja, man, Leute, ich habe doch Geld genommen von den Ecke, von den Baufuzzi da. Klar habe ich gleich gemerkt, damit die falsch bauen und ich wollte euch auch schon anrufen. Ja, und dann hat er mir immer mehr Kohle geboten und immer mehr Kohle. Und irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr zurück. Oh Gott. Von wie viel sprechen wir hier? Ja, 25.000 Euro. Du hast uns für 25.000 Euro auf die Straße gesetzt? Mann, nee, ja, Mann, der Ecke und der Schmelzer, die haben gesagt, es bleibt euer Haus. Und damit der Schmelzer nur euer Grundstück haben will, weil ihr ihm das vor der Nase weg geschnappt habt. Wisst, und hätte ich gewusst, damit ihr nicht mal eine Entschädigung kriegt und damit so etwas dabei rauskommt. Meine Kette niemals gemacht, wirklich, Steffi. Also, Herr Wolters, wie naiv sind Sie denn? Was haben Sie denn gedacht? Dass der Herr Schmelzer ihre Schwester entschädigt oder ihr das Haus zurückgibt oder sie dort wohnen lässt? Also, das können doch jetzt Sie nicht gedacht haben. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann, ey, sag mal ganz ehrlich. Also, du hast uns jetzt sechs Monate lang verarscht, ja? Und hast zugelassen, dass diese Typen uns betrügen und wir stehen vor dem Nichts. Das ist doch nicht dein Ernst, du dämlich, vollidiot. Sag mal, denkst du überhaupt, man geht doch noch etwas ab in deinen Kopf? Ich meine, tut mir wirklich leid, Mann. Tut dir leid, Holzfass leckt mich am Arsch, ey, wirklich. Schatz, komm, warte. So, und wie klären wir das jetzt alles hier? Man weiß nicht, man, wenn ich es rückgängig machen könnte, sofort. Rückgängig nicht, aber ich schlag mal vor, Sie machen hier eine ordentliche Aussage gegen den Herrn Schmelzer und gegen den Ecke. Und dann haben wir eine gute Chance, dass Ihre Schwester wenigstens entschädigt wird. Kann ich darauf verlassen? Na ja, sicherlich, ich mache alles für Steffi. Na klar, weil das ist, ich nehme mir ein Wort. Ich war so am Tiefpunkt gewesen, als ich die Kohle von diesem Ecke angenommen habe. Also konnte ich wenigstens die Werkstatt anzahlen. Ich dachte wirklich, Steffi, kann nichts dabei passieren? Mann, ich war so ein Idiot. Ich hoffe nur, irgendwann können Sie mir verzeihen. Ich werde alles dafür tun, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Dominik sagt gegen die Baufirma Ecke aus. Und Holger Schmelzer gibt zu, dass er seinem Freund Wolfgang Ecke den Hausbau auf seinem Grundstück vorgeschlagen hat. Dafür hat er dem Bauunternehmer 100.000 Euro Schmiergeld gezahlt. Stefanie und Marcel haben Holger mit Hilfe von Anwalt Ralf Vogel verklagt und konnten ihr Haus bei der Zwangsvollstreckung günstig ersteigern. Jetzt besitzen sie ein Haus und zwei Grundstücke. Mit dem Erlös des leeren Grundstücks können sie einen Teil des Kredits abzahlen. Guck mal, das ist unser erstes Abendessen im neuen Haus. Ja, das ist doch super. Ja, das finde ich so cool. Ja, das ist doch cool, ne? Ja. Und ich würde es am liebsten auch immer so machen. Was willst du immer machen, auf dem Boden essen? Ja. Ja, das können wir vielleicht ab und zu mal so machen. Morgen kommen erst mal unsere Möbel und dann wird es hier auch wieder einigermaßen wohnen liegen. Gott sei Dank haben wir die noch erreicht, die Umzugsfirma, dass sie die Möbel einlagern. Das hätten hier nämlich jetzt im Garten gestanden. Boah, das wäre es gewesen, ja. Wie warst du denn eigentlich auf der Arbeit? Ach du, das war super entspannt. Also die Kollegen sind auf jeden Fall super nett. Ich glaube, mein Chef hatte sogar ein bisschen schlechtes Gewissen, dass er mir den Vorschuss dann nicht gegeben hatte. Aber dank, Herr Vogel, haben wir das ja ein Glück auch so meistern können. Super. Ja, auf jeden Fall. Bisschen. Zu Dominik hatte ich seit der Gerichtsverhandlung gar keinen Kontakt mehr. Das ist ja mein Bruder. Die Werkstatt hat er natürlich abgeben müssen. Der hat auch echt Mist gebaut. Aber ich würde ihn trotzdem gerne mal wieder einladen. Die Kinder vermissen ihn auch total. Aufgrund seiner Aussage und seines Eingeständnisses wurde gegen Dominik Wolters eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verhängt. Holger Schmelzer und Wolfgang Eckel wurden wegen Betruges in einem besonders schweren Fall zu Freiheitsstrafen von jeweils zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Familie Koch kann nach vielen Hürden nun endlich ein glückliches Familienleben in ihrem neuen Haus in Berlin führen.